Christian Harting ist ein deutscher Schauspieler. Leben Christian Harting absolvierte zunächst ein Medizinstudium an der FU Berlin und nahm anschließend Schauspielunterricht bei Michael Peter und Christine Kostropetsch. Ab 2010 spielte er Nebenrollen in deutschen Spielfilmen und TV-Serien sowie Hauptrollen in zahlreichen Kurzfilmen. Internationale Beachtung erlangte er in der Rolle des SS-Offiziers Busch im ungarischen Spielfilm Saul 4 von Laszlo Nemersieles. Saul 4 gewann 2015 beim Festival Dekan den großen Preis der Jury sowie den FIPRESCI Preis und 2016 als jeweils bester fremdsprachiger Film den Golden Globe und den Academy Award. Filmografie 2010 Dr. Kette der Schatten von Neukölln 2011 Anna und die Liebe folgen 749 und 750 2012 Cinderella Effekt 2012 The Lost 2012 Wir wollten aufs Meer 2013 Wespen Legips 2013 About Kate Meme P.A.S. on Rewe 2013 For I Was Who's God Is That 2014 Johnny Unsettelt 2014 Quatsch und die Nasenbärbande 2015 Soko Wiesma Numerus Clausus 2015 Hollywood Türke 2015 Er Ist Wieder Da 2015 Lida Barova 2015 Saul 4 Doppel Fina Majestes 12 Edel 2013 Hier ist die